Mein Name ist Schmaug Kümmerele, ich bin 16 Jahre alt und spiele auf der Sechs. Meine bisherigen Vereine sind SV Rübgarten, SV Reutlingen, jetzt TSG Balding. Meine persönlichen Ziele sind, mich in jedem Spiel und jedem Training weiterzuentwickeln und die Ziele mit der Mannschaft sind, oben mitzuspielen und Meister zu werden.